Ein Punkt ist uns bei der Begleitung von Kitas ganz wichtig. Und zwar, dass wir immer das Augenmerk sowohl auf inhaltlicher Entwicklung als auch auf der Entwicklung der Organisation haben. Das eine ohne das andere, egal in welche Richtung, macht keinen Sinn. Wenn ich immer nur Inhalte voranbringe, wir haben das auch mal etwas despektierlich als Projektitis bezeichnet, dann schaffe ich es nicht, dass Dinge nachhaltig in der Kita auch eingebunden sind, weil ich keine Gedanken darauf verschwendet habe, was macht das Ganze mit der Organisation. Wenn ich aber hinschaue auch, wie geht die Gruppe damit um, wie geht das Team damit um, was machen die Eltern, wie stehen die Kinder zu all diesen Dingen, dann habe ich im Grunde alle mit im Boot und kann eine gute Verknüpfung von Inhalt und Organisation schaffen. Und beide Punkte haben sicher unterschiedliche Entwicklungswege. Und wir haben an der Stelle noch eine nicht fertiggestellte Vision. Wir träumen nämlich noch davon, ein Modell zu generieren, wo man, nachdem man Fragebögen ausgefüllt hat beim Assessment, die sich auf Inhalt und Organisation beziehen, wo man dann sozusagen in einem Diagramm, was aus Organisation und Inhalt besteht, in diesem Feld seinen Platz findet. Und dann wäre der Wunsch, dass wir so viel Informationen haben sammeln können, dass wir der Kita, die jetzt an diesem Platz X steht, sagen können, wenn du da oben in dieses nächste Feld kommen möchtest, dann ist es nach allem, was wir wissen, ganz klug, die und die Dinge auch bei deiner weiteren Entwicklung zu bedenken. Wir haben schon viel Informationen dazu gesammelt, Wir wissen auch schon eine ganze Menge, aber fertig ist unser Modell noch nicht. Wenn man sich heute anschaut, was die Aufträge der Kita sind, dann ist das natürlich neben Bildung, Erziehung, Betreuung, vor allem auch im Feld Gesundheit unterwegs zu sein und das ernst zu nehmen. Und dazu gehört natürlich als erstes mal die Bewegung. Dazu gehört natürlich auch Ernährung. Erst mal so bei klassischen Ressourcen zu bleiben. Aber nach neuen Modellen im Gesundheitsbereich sind natürlich auch psychosoziale Ressourcen sehr wichtig. Also Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, wie Kinder mit anderen umgehen. Oder ein Stichwort, was auch schon viel Untersuchungsaktivitäten gebracht hat, Resilienz, also wie schaffen es Kinder, innere Stärken zu entwickeln, dass sie gewappnet sind, um in vielen auch für sie schwierigen Situationen gut bestehen zu können. Und das ist schon eine wirkliche Herausforderung auch wieder für Kitas, diese Ziele anzusteuern. Denn einmal muss man ehrlicherweise sagen, ist die Forschung noch lange nicht so weit, dass sie sagen könnte, wie man denn das machen muss, damit Kinder auch selbstwirksam sind oder ein gut ausgebildetes Selbstkonzept haben. Wir wissen zwar einiges, aber bislang sind Forschungen gerade bei den kleinen Kindern noch absolute Mangelware. Und wir gehen oft hin und übertragen die Erkenntnisse von Älteren auf die jungen Kinder und hoffen, dass das da ähnlich funktioniert. Aber ob es tatsächlich so ist, das werden wir noch alle nachweisen müssen. Also da haben es Erzieherinnen eigentlich doppelt schwer, denn sie müssen diese anspruchsvolle Aufgabe meistern, ohne dass sie schon so wirklich viele tragfähige Konzepte dazu auch mitbekommen. Ganz zufrieden werden wir mal sein, wenn die Erzieherinnen unser Portal nutzen, um sich dort zu informieren, um zu gucken, was sie für Hilfe bekommen können, um festzustellen, wo stehen wir, was brauchen wir. Und wenn sie auch all die Angebote zur Weiterqualifizierung nutzen, die wir dort für sie bereitstellen. Natürlich auch für die Eltern und alle, die sonst mit ins System Kita gehören. Ja, und letztlich soll das Ganze ja auch gemacht werden, damit Kinder davon profitieren. Und für die wünschen wir uns natürlich, dass sie durch bewegtes Aufwachsen, einen gesunden Lebensstil entwickeln, ein entsprechend ausgebildetes Körperkonzept haben, sich als selbstwirksam erleben, resilient sind und gute Teamplayer, um mit anderen Kindern dann auch in der Schule was gemeinsam machen zu können und so eigentlich bestausgestattet ihren weiteren Lebensweg gestalten können. Vielen Dank. Vielen Dank.